Da ist er. Hey, Baby. Wieso hört er immer zu Musik? Er hatte einen Unfall, als er ein Kind war. Er hat ein Summenohr, hört Musik, um das zu übertönen. Das macht ihn zum Besten. Ist ja echt geheimnisvoll. Mag sein. Dieses Geschäft ist eine Welt, die aus drei Dingen besteht. Geld, Sex. Und Action. Früher oder später hast auch du Blut an den Händen. Wartet, ich muss den Song neu starten. Okay, los. Baby, du sagst mir, wer stirbt. Nein, ich fahre. Mehr Musik braucht ihr nicht, Leute. Hallo. Wie geht's?